Okay. Komm ich von hier aus nicht ran, okay. Um wie viel mal werden das hier hinter jetzt gleich Gegner warten? Gibt's ein Tutorial? Es gibt ein Tutorial. Die Armkanister. Du kannst auf zwei Arten mit den Armkanistern interagieren. Stell dich nah an einem Armkanister ran und verbrauche, um eine Theorie-Sprungmarke zu erhalten. Oh. Wenn du ihn aus der Ferne durchbrichst, werden Gegner im Explosionsbereich sofort verstört. Erstmal weggesalben, Angriff. Oh, den hab ich nicht gesehen. Er hat sich selbst umgenockt. Und tschüss. Sonst ist hier nix, ne? Naja, sonst ist hier nix. Ähm... Ähm... Nur einen, ne? Ja, ich krieg nur einen. Äh, ich möchte das hier vorne mal kurz mitnehmen. Hoppala. Hi, sorry. Ich vergesse immer, mich wieder einzublenden. Ähm... 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 Interessant. Äh... Ist hier nicht irgendwo da. Mh... Das sieht lecker aus. Das ist lecker. Das nehm ich mit. Wie viel sind wir denn? Haben wir gerade eins. Na gut, okay. Einem kommen wir nicht weit. So. Hier ist sonst nix weiter. Okay. Da war nur das Ding... Oh! Äh, äh. Akte, okay. Okay. What? What? We have just received word that transports have started rolling in. Good. Pack all essentials and make sure the doors and windows are all secure. Doesn't look like we'll be back here for a good while. And the top floor? The same goes for our former guests' accommodations. And do be extra careful with the instruments up there. Got it. Former guest. Rekar. Looks like I'm headed for the top floor. Uh... Where's the dog? Uh-huh-huh-huh-huh. Uh-huh-huh-huh-huh. Uh-huh-huh. Um... Uh-huh. vorne hin. Uiuiuiui. Und das war eventuell ein bisschen zu heavy reingerannt. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Bitte nicht hierher kommen und einfach umdrehen und weitergehen, zurückgehen. Danke. Es gibt mir nämlich die Möglichkeit, einfach den hier zu machen. Äh, ist noch da hinten gelaufen, ist noch da gelaufen. Äh, Stipps im Moor gehabt die ganze Zeit, wenn ich noch das Paranel gemacht habe. Sorry. So. Okay. Äh, direkt hier vorne. Hier draußen Gegnern? Nein, und da draußen ist ein Ding. Wo auch immer ich aus Versehen gerade aufgestanden bin. Das ist Free. Das nehmen wir auch genauso als Free mit. Oder? Da hinten ist einer. Ja, sie ist. Und sie geht weiter. Aber maybe gar nicht so weit, wie ich mir das vorstelle. Da sind zwei und da ist dann die eine. Das sind alle, ne? Das sind die einzigen drei. Und die rennen weiter nach da. Tut er das auch? Das da ist ein großer, ne? Ja, das ist ein großer. Wenn die hier vorne wieder lang? Ja, das ist gut. Geht die lang, die geht da rüber. Oh, cool. Okay. Damit haben wir auch die noch. Damit haben wir nur noch zwei Gegner hier unten. Beide da hinten. Das andere ist eine Etage über mir, naja. Okay, wir waren nicht zu weit vor. Diese Kamera, ne? oder? Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ja. Wo gehst du jetzt lang? Gehst du um? Nein, du kommst hierher. Okay. Müsst du auch hier rein? Das wäre Bombe. Ah. Alternativ würde ich mich freuen, wenn du jetzt umdrehst. Oder auch nicht, weil der natürlich jetzt auch da lang geht. Okay. Ähm. Geht das Zügen glaube ich auch kaputt? Ja, gut. Das ist perfekt. Okay. 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 Und noch ein Seifenangriff. Honk. Ich glaube ja nicht dran, dass Haruna das macht. So. Gibt es denn hier noch irgendwas? Ja, sowas zum Beispiel. Nein. Danke. Ah, eine Blaupause. Ist oben, oder? Ja. Noch irgendwas zum Looten? Nein. Sieht tatsächlich nicht so aus. Okay. Äh. Wo war jetzt die Treppe hoch? Hier, ne? Ja, hier bei dem. Da ist auch einer. Die Uhr ist sehr laut. Oh, hier ist noch was. Oh, hier ist noch was. Eine Minute. So many locations across the globe. drüben ist sie jetzt. Pssst. Pssst. Du gehst so lang. Du gehst jetzt da runter und kommst hier drüben raus. Das heißt, ich kann dich wahrscheinlich gleich einfach von hinten wegsnacken. Isn't it? Komm schon. Geh weiter. Ah, wo geht's so lang? Nein, nicht da. Warum sollte ich? Da steht mir hinter der Tür. Aber das ist die einzige Tür, die ich auch machen kann, ne? Hier komm ich sonst in den Seitenbereich. Oh, okay, das ist hier ein Rundgang. Kann das sein? Ah, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Und wir haben noch mehr Blaupausen. Sammel, die Blaupause. Danke. Ach, Aruna. Ansonsten ist hier nichts. Äh. Warum hat man zu solchen Bildern eine Bindung, Aruna? Aber wir haben... Achso, das war der. Aber ich kann nur da vorne die Tür aufmachen. Oh. Das ist nicht unser erstes Job, Bahia. Was genau ist das? Tethering Capsule. Wir müssen es präppern. Wir haben es für die Verkaufung. Wir haben nicht bereits die Verkaufung des Matos zu dem DIG-Site? Das ist ein Proto-Tip. Ich bin nicht sicher, dass es gut funktioniert. Hm. 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 ich hab ich krieg nicht beide rein leider das ist lustig weil hier jeder irgendwie jeden killt und tschüss das hat tatsächlich besser funktioniert als ich es erwartet habe um ehrlich zu sein das ist Bukhra. I might have found something of interest. Describe it. Twin metal capsules connected with complex machinery. One ascendant called it a tethering device. Bukhra? I think Matos might have found a way of tethering Vincent's shade to Rekas. What does that mean? Vincent is obsessed with unleashing Sesshin. The trouble is he can't quite reach it. He's a good diver. But not as good as Rekas. Precisely. Matos's device solves his problem. I hate to cut in, but I'm staring at the man himself. Wait. That sound again. What sound? A strange hum. I thought... Oh. Hi. I just had an encounter with one of Matos's technical marvels. I'm sure we'll have plenty of time to hear all about it. But the good doctor won't wait. I suggest you come and join me. Where are you exactly? The mansion. The top floor. Huge room? Full of books? Exactly. Matos's old office. Look for a passage behind one of the bookshelves. How do you know this? I told you. We spent years working here. I know this place inside out. So be sure to give the place a good one through before heading out. The future might not. Here's got nothing. There's still something to loot. There's something to loot? No, 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 no. No, no. There's something to look like this. I guess. Maybe if I think I'm blind. Dann müssen wir wohl klettern Lecker Damit müssten wir jetzt drei haben, ne? Ja, können wir damit irgendwas Gutes machen? Äh, scheinbar versuchen wir einen höheren Verstörungsschaden Hm Hm Gegner rausspringt für so kurze Zeit unverwundbar gegen Schaden Ich glaube, ich spare ein bisschen auf das Denk ich I don't know Oder wir könnten halt Hm 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 Ich bin noch in die Trance versuchen reinzukommen, aber ich versuche ja eigentlich sowieso relativ sneaky zu spielen, dann wäre es vielleicht wirklich sinnvoll irgendwie schleiern Eine Welle kann einen weiteren Gegner anlocken Brauchen länger, um mich zu entdecken Oder ich spare auf das, das kann man auch machen, was das? Wird der Aussteiger, der sich an den Entscheidsschaden erleiden? Hm, gut, da ich die eh meistens sprenge, ist das eher irrelevant Objekte bleiben nach dem Spänen für kurze Zeit hervorgehoben Hm, na gut Ich spare glaube ich noch ein bisschen und nehme dann halt irgendwas richtig Gutes mit Okay, und mit diesem Klettern würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin, haut da rein, ciao, ciao Ciao